Herzlich Willkommen zurück zu Neo Super Maribus. Wir machen weiter mit 6-3 in der Gebirgswelt. Wir sind angekommen und ich bin Feuer und Flamme. Um ehrlich zu sein, ich bin sehr erfreut auf dieses Level irgendwie auch ein bisschen. Obwohl ich gar nicht mal weiß, ich glaube es ist so ein Röhrenlevel. Ja, es ist das Röhrenlevel. Ich glaube das kennen sehr viele. Und ich finde das Level vielleicht auch sogar einer der besten zusammen auch im Game. Also mit dem Wandstormlevel, das haben auch viele gehypt. Das ist auch eins, was ich mir vorstellen könnte. Ui, das könnte geil sein. Ich glaube ich brauche den hier, um den zu töten, oder? So, machen wir hier Wandsprung. Perfekt. Erstes Starcoin. Ah. Ey, Käfer. Danke. Äh, juhu. Das war jetzt zwar nicht mein Plan. Eine Feuerblume, kann ich nicht töten? Nein. War mir das klar? Ja. Stimmt, ich muss hier auf jeden Fall... Ich glaube ich muss hier hochschwimmen. Das war ja was. Oder muss ich da hoch? Also selber hoch, irgendwie. Also, selber hoch komme ich auf jeden Fall. Ja, da hinten ist, glaube ich, nur ein One-Up oder Power-Up. Brauche ich einen halt nicht. Na ja, Piranha-Pflanzen. Ich meine... Ihr habt's gut. Gab's nicht sogar hier einen Secret-Exit irgendwie? Da bin ich dumm. Ah, ne. Secret-Exit war in einem anderen Game. Das genau... Irgendein anderes Game hatte genau dasselbe Level. Also, nicht dasselbe Level in Exit, aber auch dieselbe Idee so ein bisschen. Ich glaube, die haben das sogar daraus genommen. Ja, aber was? Nie Super Mario Bros. DS? War das DS-Teil? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Bei 3D-Land auf jeden Fall nicht. Oder nie Super Mario Bros. Zwei. Das mit dem Gold-Mario. Eins von den beiden, glaube ich, irgendwie. Okay, wir machen weiter mit Welt 4. Zwei. Wow, voll viele Level am Anfang. Gar nicht mal gewohnt. Okay, ähm... Monty's. Ja, was wäre ein Mario-Game ohne die? Ein besseres Mario-Game. Das wissen wir alle. Aber was ein besseres Mario-Game ist, ist mit Yoshi. Yoshi! Oh, also, auf Yoshi Let's Place habe ich schon Bock auch. Gib mir das zu. So, Yoshi Crafted World, oder Yoshi Wildi World. Ganz ehrlich, Wildi World für Wii U. Auch geil. Also, hätte ich vielleicht sogar mehr Bock als Crafted World am Anfang. Hi. Ich muss mir wirklich mal Aufgabe setzen, dass man das zuletzt playen. Und ich darf hier jede Seite und jede Ecke aberkunden. Man weiß nie, wo was ist. Deswegen. Oh mein Gott, mein armer Yoshi ist tot. Oh mein Gott, mein Provellerpilz ist weg. Da unten ist was. Kennzeitlich aber auch nur die. Okay, mit Provellerpilz ist es aber wirklich einfach. Ich aber brauche ja nicht mal Yoshi's zwingend. Ja, ich wollte das ja. Also, ich meine mal so. Die Starcoin jetzt zu bekommen, ist nicht schwer. Okay, ich habe die Starcoin. Ich habe so passt mit den roten Münzen. Schade. Yoshi! Ich kriege einen Dellen, Yoshi. Lange nicht mal gesehen. Ja, komm. Yoshi, ich will dich mithaben. Ich will dich mithaben. Jetzt darf ich meinen Yoshi echt zerstören. Jetzt darf ich meinen gelben Yoshi umbringen. Der war noch so jung. Der hatte insgesamt gerade mal eine Minute gelebt. Egal, Level abgeschlossen. War eigentlich ein sehr schönes Level. Ein solides, kurzes Level. Was aber sehr gut in die Steinwelt rein. Passt gerade Monty's. Die kommen ja eh aus den Wänden. Passt eh perfekt zu den Steinwelten. Äh, One-Up-Pilzhaus. Ganz ehrlich, mich interessiert so eher nur das normale Pilzhaus. So gar nicht One-Up-Pilzhaus. In Welt 5 habe ich gar nichts davon aktiviert. Durch die Kranken. Ja, wir machen das irgendwann später. Wir müssen eh nochmal wegen der Kanone in Welt 5. Deswegen alles gut. Und jetzt bin ich schon beim Zauber. Ach du Scheiße, was ist das für eine Riesen-Stachelwanze? Also Mario. Passt auch deinen Hintern auf. Ganz ehrlich. Also ich habe keinen Bock, dass es mich von unten durchbohrt. Also Mario, tut mir leid. Das muss ich dir echt zugeben. Alter. Mario, da bist du ja Fischbutter dafür. Oh nein. Oh mein. Man sieht Mario sogar dahinter gar nicht mehr. Einfach weil die Stachelwanze drüber ist. Oh mein Gott. Und jetzt kommen ganz blöde Blöcke, Leute. Das sind... Notenblöcke in veränderter Form. Ja. Was soll ich dazu sagen? Dass die Stachelwanze kommt. Ja, ich kann mit den Notenblöcken nicht umgehen. Die sind schlimmer als Notenblöcke. Herrgott nochmal. Oh mein Gott, da oben ist ja noch eine. Das heißt, sie haben ungefähr die Hälfte des Towers gerade geschafft. Oh nee, jetzt kommt die nach... Aber ich mag die Idee mit diesen Stachelsäulen. Hier ein bisschen sähst du. Oh, das war knapp. Oh mein Gott. Was ist das hier? Was wird das jetzt hier, Mario? Ey, das ging voll klar, die Burg. Okay. Alle Starcoins. Wir haben es geschafft. Und dieses Wetter macht mir heute so Kopfschmerzen, Leute, wieder. Es ist halt immer dieses, wenn es am Feuer am Tag zu kalt war. Und dann wieder zu warm. Ach, du heilige. Morten ist ja voll schneller bei diesem hier. Aber Morten, du bist immer noch eine Flachzange. Obwohl, dein Battlefield war schon krass. Das gibt's zu. Gerade wenn du dich so schnell hin und her drehst. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich diese Steinwelt zu sehr mag, weil es auch so auf verschiedenen Bergen ist. Und gerade der obere Teil finde ich absolut nice, dass das Schloss so auf dem eigenen Berg ist. Und ja, ich glaube, er merkt's. Und warte mal. Kommen jetzt zwei Secret Exits hintereinander? Ähm. Egal, wir gehen erstmal ein bisschen Memo gespielen. Und hoffentlich mit besserer Ausbeute als die letzten zwei. Mario, bitte enttäuscht mich nicht. Ich will endlich mal wieder was haben. Bitte. Ich will so sehr wieder was haben. Na? Was gibt's denn im Auswahl? Ein Stern. Eine Eisblume. Ein Pinguin. Ein Pinguin habe ich. Ein Bowser Junior habe ich. Eine Feuerblume. Ein Bowser habe ich. Ein Probellerhead habe ich. Ein Mini-Pilz habe ich. Digga, kann auch mal ein Doppelpaar kommen. Mann! Ich habe hier aber besser als nix. Ganz ehrlich, nach den letzten zwei letzten Pilzhäuser war ja wirklich gar nichts mehr. Und dann machen wir weiter mit Welt 6, 5. Das heißt, es kommen echt nicht mehr so viele Level. Vielleicht auch die Welt abschließend heute? Nee. Oh nein, der poppapier schluckt. Oh nein. Der kehrt zurück. Und das Blöde ist, man kann ihn nicht töten. Man kann ihn töten. Ja. Aber er kehrt immer wieder zurück. Das ist halt so ein bisschen das kleine Problem, was ich habe. Wenn er wiederkommt, will ich ihn auf jeden Fall nochmal töten. Also, Feuerblumen zu haben, ist hier die OP-ste. Power-up, was es gibt. Und ich will die wirklich nicht verlieren. Wirklich nicht. Okay. Ja, hier kille ich den Fisch. Es ist mir sowas von egal. Und ich stelle mich so dumm an. Ich stelle mich gerade wieder so dumm an. Hier würde ich den Fisch auch einfach töten. Scheiße, ich habe meine alten Feuerblume. Oh mein Gott, ich verliere gerade hier alles. Also Leute, hier gibt es auch einen Secret Exit. Ich weiß ganz genau, wo der ist, weil ich den noch ganz genau weiß von damaligen Zeiten. Ich glaube, der ist genau dazwischen. Ich zeige es euch gleich im gleichen Durchlauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist hier los? Ich bin tot, weil ich den Propeller-Block nicht mitgenommen habe. Und ich bräuchte ihn für die letzte Star-Coin. Was für eine Schande. Wieso habe ich den nicht mitgenommen? Wieso? Tobi, warum? Generellt sollte man auch immer so einen Koopa mithaben, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber so ein Koopa, sagen wir mal so, der kann den... auch sehr gut töten, wenn man den richtig platziert. Und ich würde glaube ich ganz ehrlich sagen, wir machen als erstes... Ähm, machen wir Secret Exit als erstes oder... Nee, komm. Äh, vielleicht gibt es den Secret Exit hier auch gar nicht. Fällt mir gerade... Ich dachte, der ist da oben. Oder ist die Star-Coin beim Secret Exit? Kann das nicht sein, dass ich jetzt faile? Ich glaube, ich kann auch die Kanone im nächsten Part von Welt 3 benutzen. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Deswegen... Ich weiß auch, wie wir das die... Ich glaube, wir sollten es sein lassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist hier los? Was ist denn jetzt los? Ich hatte das Level vorhin gerade... ...als Try gefühlt. Kann das nicht sein? Ganz ehrlich. Da muss ich jetzt mal ganz kurz laut werden. Okay. Nehme ich einen... Nehme ich einen Pilz? Oh, ich mag diese Teile absolut... Weißt du was, Puffer? Ich töte dich. Ey, ich hasse es. Na? Wie... Wie gefällt es dir, Puffer? Na? Wie gefällt es dir so, zu sterben? Gut, oder? Jetzt habe ich so... Ich habe so Aggression auf diesen Fisch. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ja, hier ist der Secret Exit. Man kann drauf kommen, ja. Man kann sogar eigentlich ziemlich gut drauf kommen. Wobei jetzt nicht die letzte Starcoin drin ist. Ich raste aus. Und ich glaube, ich sehe es wirklich nicht die letzte Starcoin. Obwohl... 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 Nein, letztes Starcoin ist hier. Habe ich umsonst Sorgen gemacht. Uh, jetzt ist Level nochmal normal durchspielen. Das sollte ich aber auch schnell schaffen. Dann will ich auch das nächste Level machen. Und dann kommt eigentlich schon im nächsten Part sofort der Boss. Dann sind wir auch mit der Steinwelt fertig. Und wäre es ein... Ist wieder so eine Abkürzung, wo ich mir denke... Okay, die hätte man vielleicht am Anfang machen sollen. Mit einem wirklich schweren Secret Exit. Wäre vielleicht besser gewesen. Man muss aber die Spiele in den Fickler leider lassen. Wenn die so weinen wollen. Ach, Puffer. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Unsere Verbindung war nicht immer die beste. Oh, guck mal. Jetzt besiege ich dich hier, Puffer. Muhahaha. Hier, guck mal. Ja, guck mal. Obwohl ich jetzt... Bam, bam. Dim, 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 dim. So, ja, okay. Jetzt ist eigentlich... Ja, okay. Relativ einfach eigentlich das Level, wie gesagt. Nur, ich habe keine Ahnung, ob ich mich gerade eben so... gottlos dumm angestellt habe. Das... Ja, dann machen wir jetzt noch das eine Unterwasser-Level. Weil man sieht, das ist Wasser, das ist eine Höhle mit Wasser. Da muss es aber auch wieder zwei Secret Exits geben. Da habe ich wirklich gar keinen Plan, wo das Secret Exit ist. Ich kenne das Game, ja. Aber Secret Exits bin ich wirklich bei manchen sehr weg. Bei manchen weiß ich, weil die halt blöd sind. Und, ja, aber das Feature bei diesen ist, ja, man hat so eine Lampe und man muss die ganze Zeit steuern. Das ist natürlich blöd, wenn man aufnimmt und man hat hier so wenig Platz. Und man ist aber komplett bescheuert und wirft das Trampolin weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, bin ich dumm hier. Oh mein Gott, was mache ich hier für Fehler. Tschüss, Leute. Ich mache das Level mal ganz kurz nochmal vom Neustart. Und das war jetzt komplett die reinste Dummheit in Person. Das Level würde ich schon gerne noch heute schaffen. Und dann fangen wir auch im nächsten Bild schon bei der Wolkenwelt an. Wolkenwelt. Ah, Wolkenwelt. Genießen wir doch lieber die Steinwelt noch ein bisschen. Eine Feuerblume kriegst du zum Beispiel jetzt. Zum Beispiel ganz schnell. Diesmal will ich das Trampolin noch gerne mithaben. Vielen Dank. Ich glaube, das brauchen wir sogar für den Secret Exit. Also es könnte sein, dass wir es brauchen. Weil hier für die erste Star-Kontakt... Der Gachi ist der Wackelkontakt da. Denn jetzt ist hier hoch... Man kommt halt hier hoch und alles. Mir passiert dasselbe Fehler zweimal? Wow. Wow. Vielleicht sollte ich das Level sein lassen. Aber ich will es gerade noch so sehr spielen. Weil sonst würde der Part nur 17 Minuten gehen. Und ich glaube, das wäre nicht optimal. Also es wäre jetzt für mich ein bisschen zu kurz. Aber jetzt will ich auch nicht, dass das Level jetzt 10 Millionen Jahre geht. Ja, ich glaube, ich habe einen kleinen Wackelkontakt. Ja, ich glaube, wir sprechen manchmal da. Jetzt ehrlich, ich nehme jetzt auch nicht mal mehr die Star-Ko... Äh, wie heißt das? Den Power-Block, ganz ehrlich gesagt. Na, ja, danke. Endlich Star-Koing. Kann ich es doch oder nicht? Ja, die gelbe sieht mir so ein bisschen verdächtig aus. Aber ist es nicht. Also ich muss ja auch ein bisschen leuchten, fällt mal auf. Checkpoint. Okay, aber... Mal ganz ehrlich. Ich würde gerne nur Star-Koing-Nummero 2 haben. Da kann man ja noch kein Trampolin auf Trampolin machen. Nein, okay. Wusste ich nicht mehr, okay. Dann geht das, glaube ich, nur in Super Mario Maker. Okay. Meine Frage ist immer noch, wo das Secret Exit ist. Oder führt das einfach zu beiden? Also wenn ich einmal abschließe, geht es zu beiden. Gibt es ja auch manchmal. Obwohl, ich könnte mir vorstellen, das hat irgendwas mit dem P-Spit zu tun. Den ich aber ein bisschen verpasst habe. Ey, jetzt habe ich wegen den... Mein Propeller-Pilz! Äh, nicht Propeller, Pilz, oder? Egal. Ich glaube, wir brauchen dieses Fass. Da ist ein Feuer, Bruder. Nein! Nein! Ey, komm schon, Spiel! Das Level, das Level will mich hart rannehmen. Ja gut, wenn ich das Secret Exit nicht finde, dann mache ich das im nächsten Video sofort am Anfang des Parts. Ich glaube, wir schließen es einfach nur ab. Oh Gott, egal. Ich habe gar keinen Brauch auf dieses Level. Ich mag das Level nicht. Also ich feiere die Idee, aber ich mag es auch irgendwie nicht. Und so. War das. Ah. Das dauert aber auch so lang. Hm. Ist halt auch wieder so ein bisschen Scroaning-like. Das, was ich ja nicht so gern mag. Hm, okay. Ja, aber die kommen alle runter, diese kleinen Viecher. Ja. Das ist jetzt nicht im Ernst. Na, warte mal. Vielleicht hätte ich den nicht killen sollen. Hätte ich auch nicht killen sollen. Weil da ein zweiter jetzt ist. Verarsch mich jetzt nicht. Verarsch mich jetzt nicht. Spiel. Verarsch mich jetzt nicht. Ah, weißt du was? Spiel. Ähm. Schuss. 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 Ich verpisse mich jetzt einfach. Secret Exits ist safe irgendwo da hinten. Bei den Feuerbrüdern. Ein safe. Da verwerte ich fast meinen Arm rauf. Aber tu ich nicht. Denn wenn ich falsch fliege, habe ich keinen Arm mehr. Dann kann ich mehr zocken. Hm. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo da lassen. Like nicht vergessen. Und im nächsten Part sehen wir das Ende von der Sternwelt. Sternwelt? Äh. Von der Steinwelt. Gebirgswelt. Und wir sehen sofort den Secret Exit von Welt66 im nächsten Part. Bis dann und Ciao, ciao! Ciao!